Dominik Stehle, du sagst du, der sagt, da mach dich rüber! Ich bin um 20 Jahre alt, aus Lieserbach, jetzt mit ... Mach er dich, einen tritt. Super! Ah! Da ist eine Heizklasse, aber das hat er extra kurz korrigiert. Da war er in Sturzgefahr und die Frosstelle ... Ich kann gerade hinschauen. Haha! Super, mach ich an! Bist du selber bestätigt, Leute? Ich habe die Zeit nicht mehr, ob ich dich begeistert wie du. Super! Ja, ja, ja! Das ist ja noch ... Genau, wenn man da so schaut, wie mehr aktiv geht ... ... wie der versucht, bei jedem Tor noch zu beschleunigen, obwohl es im Ziel schon die Oberschenkel brennen ... Jawoll! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal.